Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge von Unicast, komprimierte Informationen für den interessierten ITler. Heute geht es um OpenWRT, OpenWRT. Was ist das? Ja, einige von euch werden es hoffentlich schon kennen, ich nutze das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Aber für diejenigen, die noch nicht so wirklich in dem Thema drin sind, OpenWRT ist ein Linux, wenn man so will. Es ist ein spezielles Linux, das speziell für Embedded-Geräte gedacht ist. Man findet es meistens auf Access-Points, auf Routern oder auch auf SOCs. Dementsprechend Access-Points sind dann sehr häufig MIPS-Architektur. Die SOCs, das ist dann meistens ARM. So Banana Pi, Raspberry Pi läuft das natürlich auch drauf. Aber auch x86 wird unterstützt. Da läuft das auch extrem flott drauf, eben weil es so ein super schlankes System ist. Das macht sich im Allgemeinen sehr bei der Geschwindigkeit bemerkbar. Die Anforderungen an den Arbeitsspeicher und an die Festplatte sind enorm gering. Sind zwar jetzt mit dem neuen Update, was rausgekommen ist, etwas gewachsen. Aber es ist immer noch wahnsinnig super. Super und was ansonsten noch zu der Lösung zu sagen ist, ist, dass es sich halt von anderen Linux-Varianten etwas unterscheidet. Es wird zum Beispiel keine Libc verwendet, sondern Musel. Das ist aber für den Endanwender eher irrelevant. Da kriegt er nichts von mit. Aber wo der Anwender was von mitbekommt, gerade wenn man so dann eben auch die Kommandozeilen-Funktion des Linux nutzt, dass die Werkzeuge, die da vorinstalliert sind, schon sehr abgespeckt sind. Das, was da zum Einsatz kommt, ist ein Toolkit. Das nennt sich Busybox. Und das ist eine Sammlung. Also das ist eine Lösung, die sehr viele verschiedene Werkzeuge enthält. Aber gleichzeitig versucht, möglichst schlank dabei zu bleiben. Darüber hinaus kann man aber eben dadurch, dass auch ein Paketmanager bei OpenWert hier dabei ist, nämlich der OPKG, den man sowohl über Kommandozeile nutzen kann, als auch über das Web-Interface, der bietet dann eben dann noch die Möglichkeit an, auch über die Standardwerkzeuge hinaus noch Pakete zu installieren. Was halt auf den Access-Points häufig ein kleines bisschen schwieriger ist, denn da ist die Speichermenge doch sehr beschränkt. Aber das relativiert sich immer stärker mit neuerer Hardware. OpenWert kommt hauptsächlich, so ist es mir zumindest bekannt geworden, aus dem Wireless-Bereich, damals WERT 54G. Die Sache kennt man in dem Zusammenhang, hört man auch oft die Begriffe ATH 9K, ATH 10K. Das sind Netzwerktreiber für die Wi-Fi-Interfaces, die ziemlich gut mittlerweile unterstützt sind. Mehr oder weniger dann teilweise auch eben durch Reverse Engineering, was leider notwendig ist, weil die Hersteller da dann doch die Informationen nicht preisgeben wollen. Wie gut die jeweiligen Chips unterstützt werden, kann man auf der Homepage sehr gut entnehmen. Die Bandbreite an Geräten ist im Prinzip riesengroß. Aber wenn man OpenWert betreiben will, dann schaut man lieber vorher hin. Wird meine Hardware, die ich denn einsetzen möchte oder die ich vielleicht sogar gerade noch rumfliegen habe, wird überhaupt unterstützt? Ja, jetzt gibt es eben schon kurz erwähnt ein neues Update. Und das habe ich zum Anlass genommen, nochmal ein Video machen zu wollen. Nämlich Version 21.02. Die Version 19.07 war bis zuletzt die aktuelle Stable. Und vor wenigen Wochen ist die 21.02 rausgekommen. Da gibt es einige Neuerungen. Neuere Kernel und dergleichen. Aber ich will nicht auf alle eingehen. In der Description gibt es dann noch weitergehende Informationen dazu, wer das gerne hätte. Aber im Rahmen dieses Videos gehe ich vor allen Dingen auf ein paar Änderungen ein, die sich auf die Switch-Konfiguration beziehen. Da ich halt sehr häufig die Geräte auch als Access Points einsetze. Und da ist halt eher die Bridge-Konfiguration und in meinem Fall auch die VLAN-Konfiguration sehr relevant. Da hat sich einiges unter der Haube geändert. Dieses DSA, das ist halt jetzt neu dazugekommen. Das ist die Distributed Switch Architecture. Das ist nicht für alle Geräte verfügbar. Das ist auch auf der Homepage von OpenWrt zu sehen, welche dazugehören und welche nicht. Dementsprechend das, was ich im weiteren Verlauf dieses Videos beschreiben werde, bezieht sich auf die Geräte, die das unterstützen. Das ist dann auch etwas anders zu konfigurieren. Die Terminologie hat sich etwas geändert. Da werde ich dann später weiter darauf eingehen. Wir schauen uns dann jetzt mal bei einem Gerät. Ich habe hier einen Ubiquity Edge Router X herumliegen gehabt, der gerade zuletzt nicht mehr im Einsatz war bei mir. Den hatte ich schon mal eine Zeit als Smart Switch im Einsatz. Das war eben auch mit 1907 von OpenWrt schon eigentlich gut möglich. Aber das ist jetzt nochmal etwas einfacher geworden. Wir können jetzt mit VLAN-Filtering arbeiten. Unter Linux manchen Leuten wahrscheinlich schon ein Begriff. Ich finde es insgesamt auf jeden Fall deutlich besser zu handhaben und einfacher zu verstehen, auch wenn die Begriffe manchmal ein wenig eigenartig sind. Wir schauen uns das einfach direkt mal an. So, dann loggen wir uns mal ein hier auf diesem schönen Gerät. So, das ist die Frontseite von diesem Gerät. Wir sehen hier, dass wir 2102 installiert haben. Das ist ein MediaTek MT76-21. Das ist einer dieser Geräte, die tatsächlich von dem DSA unterstützt werden. Dementsprechend kann ich das hier gerne mal zeigen, wie das funktioniert. Und zwar unter Interfaces hat sich das jetzt ein wenig umstrukturiert. Wir haben einmal Interfaces und wir haben einmal Devices. Das ist etwas verwirrend und es gibt da auch schon Leute, die sich dazu geäußert haben. Aber entscheidend ist, dass man einfach eine Unterscheidung jetzt hat. Und die Unterscheidung ist die, dass die Devices die wirklichen physikalischen Interfaces sind. Und man sieht hier auch schon, dass es davon eine ganze Menge gibt. Das sieht jetzt hier ein wenig verwirrend aus. Das muss uns aber erstmal nicht interessieren. Vor allen Dingen hier unten die nicht. Die sind gerade erstmal uninteressant. Wir müssen einfach erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es hier 0, 1, 2, 3, 4, also 5 Netzwerkschnittstellen gibt. So viel, wie das Gerät eben auch hat. So und die kann ich jetzt zu meiner freien Verfügung einrichten. Und ich empfehle das auf jeden Fall mit dem VLAN-Filtering zu machen. Das heißt, man muss ein neues Device erstellen. Und man nimmt da ein Bridge-Device. Und bei mir habe ich das jetzt mal Main Bridge genannt. Die habe ich aber hier schon erstellt. Wir gehen jetzt mal auf den Editieren-Modus. So, hier ist dieses Bridge-Device, die Main Bridge. Und ich habe halt einfach alle meine Ports an die Bridge drangehangen. Warum seht ihr gleich? Weil ich will nicht einfach jeden Teilnehmer, der an dem Switch angeschlossen ist, dann auch im gleichen Netz haben. Aber das wird dann an anderer Stelle eingestellt. Nämlich hier beim Bridge-VLAN-Filtering. Und zwar müssen wir erstmal die Funktion einschalten. Die ist nämlich standardmäßig ausgeschaltet. Und hier kann ich jetzt dann tatsächlich die Einstellungen vornehmen. Ich lege hier einmal dann die verschiedenen VLANs an, die ich insgesamt auf meinem Switch haben will. So, und man muss dann hier auf dem Gerät eben dementsprechend die VLANs einrichten, die man gerne hätte. Und dann hat man hier halt die physikalischen Devices, wo man dann die Zuordnung treffen muss, was ist denn auf dem entsprechenden Port tatsächlich dann konfiguriert. Und dieser ETA-0-Port, das ist der, der eigentlich als WAN-Port gedacht ist, weil dieser Edge-Router ist ja eigentlich als Router gedacht. So, und da habe ich jetzt einfach die ganzen VLANs als Tagged drauf konfiguriert. Das heißt, der Port, wo dieser Switch, sage ich jetzt mal, dieser Edge-Router mit meinem Haupt-Switch verbunden ist, der hat halt so einen VLAN-Trunk. Das heißt, da werden eine ganze Menge VLANs drüber geschickt, um dann hinterher entscheiden zu können, an welchem Port genau was passiert. Ja, zum Beispiel ist hier der ETA-1-Port, da hängen jetzt tatsächlich gerade keine Devices dran, aber der ETA-1-Port ist halt fest auf VLAN-62. Das heißt, irgendein Teilnehmer, den ich dann auf ETA-1 stecke, ist in diesem VLAN drin und so verhält sich das dann mit Port ETA-2. Die Teilnehmer sind in 5 drin und ETA-3 in 12 und ETA-4 in 61. So kann ich das sehr flexibel und für meinen Geschmack deutlich schöner regeln, wer dann in welchem VLAN drin sein soll, als mit der alten SW-Konfiguration von OMRT. Also ich bin sehr begeistert davon, das funktioniert wunderbar. Das ist jetzt halt Untagged, das heißt, der Teilnehmer, der hier an den Port dran käme, müsste keine spezielle Konfiguration haben. Man könnte natürlich auch jetzt hier auf Tagged stellen und auch nur dann wäre ich in der Lage, auf dem Port auch noch andere VLANs mit reinzunehmen. Wie ihr jetzt seht, ist es halt gerade so, dass ein Port immer nur ein VLAN mit drin hat. Da möchte ich halt einfach eine feste Konfiguration haben. Ja, und das ist im Prinzip jetzt erstmal auch schon alles. Das heißt, wenn man sich danach richtet, dann kann man schon sehr bequem damit arbeiten. Man muss halt nicht mehr die ganzen ETA 1.1, 1.2 VLAN-Interfaces anlegen, sondern die werden halt nämlich hier automatisch angelegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein Wi-Fi auf dem Gerät mit drauf hätte, dann könnte ich beim Anlegen einer Wi-Fi-SSID dann eben auch dementsprechend das Interface hier auswählen, wo mein Wi-Fi dann damit verbunden sein soll, um das dementsprechend auch in dieses Netz hineinzubekommen. Wir gehen hier nochmal in die Interfaces. Hier habe ich halt jetzt nur, die Management sind erstmal irrelevant, dieses Demo 1, das ist das Interface, also das ist jetzt eher als logisches Interface zu betrachten, was dann eine IP-Konfiguration erhalten soll in irgendeiner Form. Ja, da sind die Möglichkeiten im Prinzip so wie vorher auch, so wie man das kennt. Hier habe ich halt jetzt nur DHCP-V6-Client ausgewählt. Und der ist dann, wenn wir jetzt mal hier in die, Moment, nein, nicht Physical Settings, sondern General Settings beim Device reingucken. Hier könnte ich jetzt auswählen, in welchem VLAN der Switch dann versuchen soll, sich eine IPv6-Adresse abzurufen. Bei mir ist es halt jetzt gerade VLAN 71, Demo 1 steht auch mit dran. Und das funktioniert auch wunderbar. Hier hat man noch eine ganze Menge mehr Parameter, die auch durch das DSA dazugekommen sind. Das möchte ich jetzt aber nicht weiter vertiefen, sondern ich wollte einfach nur mal im Groben zeigen, wie das so funktioniert. Eine Sache, auf die ich noch eingehen möchte, ist das hier. Da bin ich nicht ganz sicher, inwiefern das jetzt lieber ein- oder ausgeschaltet werden sollte. Vom Gefühl her würde ich sagen, sollte man es eher lieber immer einschalten. Ja, denn mein Verständnis wäre das. Das heißt, ich würde jetzt den Switch, den Edge-Router X einschalten. Noch bevor ich ein Kabel eingesteckt, ein Netzwerkkabel eingesteckt habe, würde der hochfahren. So, und dann würde er die Bridge gar nicht hochbringen, die wir aber ja unbedingt brauchen. Ja, das sollte es auch jetzt erstmal gewesen sein, um einen kleinen Vorgeschmack dafür zu erhalten, was dieses DSA denn da so mit sich bringt. Wir können uns vielleicht gerade mal noch, bevor ich das Video hier abschließe, schauen wir uns die Konfiguration dann mal auf Textdatei-Ebene an. Das heißt, wir schauen uns hier in der Network-Datei mal an, wie das hier konfiguriert ist. Das heißt, hier sieht man, wir haben unsere Bridge, das ist halt Device-Type-Bridge und wir hängen hier die Ports dran, so wie wir das eben im Web-Interface auch gesehen haben. Option-Bridge-Empty, das ist das, was wir gerade geändert haben. So, und der legt dann hier diese VLAN-Devices, legt der selbstständig an und passt die auch vom Tagging auch so an, wie wir das im Interface ausgewählt haben. Ja gut, und hier unten haben wir dann noch einmal das V6, DHCP-V6, nicht das Management, sondern hier unten das Demo. Option-Proto DHCP-V6 und man sieht, dass das auf die Bridge gehangen wird, aber im VLAN 71. Und dementsprechend versucht er dann eben in diesem VLAN sich eine V6-Adresse abzurufen. Also, ich finde es toll, wir gucken vielleicht mal, hier haben wir ja noch nicht die Bridge-Kommandozeilen-Parameter drauf, sondern hier müssen wir noch mit BRCTL arbeiten. Sieht man, dass es hier die Bridge gibt und die Interfaces da ranhängen. Gut, also das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch verständlich und ihr habt vielleicht auch ein bisschen was gelernt. Ich kann nur jedem empfehlen, mal sich mit OpenWrt ein bisschen auseinanderzusetzen, auf dem Heimrouter lieber mal ein OpenWrt installieren als die Stock-Firmware. Das ist vom Security-Aspekt ein großer Zugewinn. Man wirkt halt auch mit Geräten. Ich habe hier Archer C7, die sind jetzt bald acht Jahre alt oder sowas. Darüber kriege ich über OpenWrt halt immer noch Updates, die Security-relevant sind. Und ja, wenn ich da an manche Hersteller denke, Security-Nightmares, wo dann noch Hersteller wie Netgear oder wer war es, glaube ich, dann sogar noch Backholds einbauen absichtlich. Also da ist man mit OpenWrt schon viel besser dran. Und wenn man ein kleines bisschen basteln will, ist man halt auch viel besser dran. Aber auch wenn man halt, wenn man gar nicht unbedingt basteln will, sondern einfach nur ein vernünftiges System haben will. Eine großartige Lösung. Also, probiert es mal aus, lasst mir ein paar Kommentare da. Ich würde gerne zu dem Thema vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen. Vielleicht interessiert euch ja auch noch ein anderes Thema in Bezug auf das neue Update. Dann schreibt das bitte einfach in die Kommentare. Also dann, bis dann. Tschüss.